Willkommen zurück auf dem Kanal. Begleitet mich heute in die Au in der Hallertau. Ihr seht hier die schönen Hopfenfelder. Heute gibt es eine kleine Tour rund um den Schlossberg in Au in der Hallertau. Bis gleich auf dem Weg. Los geht es mitten in Au in der Hallertau. Die Hallertau ist das größte Hopfenanbaugebiet der Welt und ich bin gerne da und das Ziel des heutigen Ausflugs war definitiv der Biergartenbesuch mit einem schönen, leckeren, frischen Fassbier. Aber eine kleine Runde wollte ich drehen und ganz am Anfang, ich wollte euch die Bilder eigentlich erst nicht zeigen, aber schaut euch diesen armen Rehbock an. Ich vermute, dass er leider von dem Auto angefahren worden ist. Es war eine sehr traurige Situation. Ich habe zum Glück einen Waldarbeiter getroffen. Wir haben dann zusammen die Polizei informiert, die dann einen Förster geschickt hat, um das arme Tier von ihrem Leid zu erlösen. Ich bin dann ziemlich traurig weitergefahren in den Wald herein. Das hat mir ziemlich die Laune verdorben, muss ich zugeben, an dem Tag. Auf jeden Fall ist die Tour weitergegangen. Schaut euch mal diesen Eingang an, der schaut auch aus wie aus dem Film. Und hier ein Blick auf die Hallertau, auf die Hopfenfelder. Und hier oben an dem Schlossberg gibt es auch einen Ringwall. Der wird vermutet, dass er im frühen Mittelalter gebaut worden ist. Und kurz bevor ich zurückgekommen bin im Ort, hier die schöne Entenfamilie in einem kleinen Weiher. Hier die Kirche in Hallertau. Und hier sind wir der Sache schon ziemlich nahe gekommen, die das eigentliche Ziel war. Ihr seht hier die schönen Hopfen und ich habe es mir in dem Schlossbeergarten schmecken lassen. Ich habe mich gefreut heute, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Servus! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020